Herr Dr. Schneidemann, aus Ihrer Erfahrung heraus betrachtet, im Wettbewerb der Bundesländer, worin bestehen denn die Erfolgsfaktoren des Versicherungsstandorts Bayern? Ja, ad hoc würde ich sagen, sind insbesondere drei Faktoren. Zum einen Bayern allgemein hat eine starke Dynamik, hat aus der Historie gelernt, sich auf neue Entwicklungen einzustellen, vom Agrarland hin zum Hightech-Land. Entsprechend, die Dynamik hat sich auf alle Industriezweige übertragen und auch auf die Versicherungswirtschaft. Das heißt, Bayern ist hier vorne dran in vielen Dingen. Das merkt man zum Beispiel, dass die Fintech-Szene in München fast genauso bedeutend ist wie in Berlin. Also ist da wirklich auch sehr stark. Das Zweite ist das Personal, die ganze Ausbildung. Bayern verfügt über eine Reihe von Institutionen, über alle Bildungswege, die für hervorragendes Personal sorgt. Und insofern hat die Versicherungswirtschaft da einen großen Fundus auf das entsprechende Personal zurückzugreifen. Und das Dritte hier konkret auch in München, wenn man es hernimmt, ist natürlich, dass München einer der Hauptstandorte von den größten Rückversicherern weltweit ist. Und auch da ist natürlich der kurze Weg wichtig, um in den Entwicklungen ganz vorne dran zu sein und auch von den Erfahrungen anderer Länder über die Rückversicherer zu profitieren. Jetzt mit Blick auf die regionalen Besonderheiten Bayerns, spielen denn hier besondere Produkte auch eine Rolle? Und wenn das der Fall ist, wie ist Ihr Haus darauf eingestellt? Die Besonderheiten von Bayern sind jetzt in den konkreten Produkten jetzt nicht so ausschlaggebend. Ich meine, natürlich im Kompositbereich gibt es Elementarschadenversicherung, aber wir merken, dass Elementarschäden mittlerweile überall vorkommen können. Das muss nicht nur in Passau sein, das kann eine überschwemmte Straße, in einem kleinen Ort sein, wo Gullis hochlaufen. Also insofern nivelliert sich das Ganze. Wir gehen die bayerischen Besonderheiten eher in der Tradition, in der Philosophie her, über das Versichert nach dem Reinheitsgebot und tragen die bayerischen Wurzeln durchaus auch ins ganze Bundesgebiet rein und unterstützen das, aber sehen natürlich das ganze Bundesgebiet als unser Ziel. Ist ja ein sehr bakanter Spruch, Versichert nach dem Reinheitsgebot. Können Sie den mal etwas erläutern, bitte? Ja, das Reinheitsgebot hat ja für das Bier vier Zutaten. Entsprechend haben wir vier Zutaten für auch die Versicherungsprodukte, für ein reines Versicherungsprodukt definiert. Zum einen sind wir ein Versicherungsverein. Das heißt, all unser Mitteleinsatz, all unsere Aktivitäten kommen dem Kunden zugute, weil nämlich der Kunde und kein Aktionär unser Eigentümer ist. Zum anderen müssen unsere Produkte dem Anspruch genügen. Auch hier sind wir transparent und haben bei jedem Produkt ein Beipackzettel, was es zum Beispiel nicht versichert, das nennen wir als fairen Hinweis, weil wir unsere Zutaten auch wirklich immer hinterlegen wollen, dass das konkrete Maßnahmen sind. Der Service bereit und der Umgang mit den Vermittlern sind die weiteren Zutaten. Dass wir sagen, hier sind wir wirklich transparent, hier sind wir rein. Und so veröffentlichen wir zum Beispiel unsere Service-Levels auch für jeden sichtbar im Internet, auch wenn wir sie nicht erreichen, nicht nur, wenn wir sie erreichen. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit der Landespolitik? Haben Sie den Eindruck, dort auf ein offenes Ohr für die Belange und die Bedürfnisse der Versicherungswirtschaft zu stoßen? Also wir sind sehr gut mit der ganzen Versicherungswirtschaft hier verwoben und dann im engen Austausch und Kontakt mit den Ministerien insbesondere hervorzuheben, sei hier das Wirtschaftsministerium in Bayern und auch das Justizministerium. Das Wirtschaftsministerium ist im regelmäßigen Kontakt, ich würde sagen zweimal im Jahr, über die Finanzplatzinitiative Bayern, in der wir auch vertreten sind. Da ist die Ministerin auch zweimal im Jahr dann dabei. Und auch das Justizministerium hat mindestens einmal im Jahr ein offenes Ohr für die Anliegen. Das heißt nicht, dass hier Politik für die Versicherungswirtschaft allein gemacht wird, aber es werden die Anliegen gehört und es wird offen diskutiert. Es wird auch gezeigt, wo vielleicht was nicht geht. Also insofern schon ein offenes Ohr und ein reger Dialog. Wo sehen Sie denn den Standort Bayern mittelfristig und wo sehen Sie Optimierungsbedarf? Oder anders gefragt an die Politik wieder, wenn Sie da eine Forderung formulieren würden, wie sähe denn die aus? Was könnte die Politik mit Blick auf die Versicherungswirtschaft noch besser machen? Sie hatten eben ein Beispiel genannt. Also ich würde sogar sagen, es ist nicht eine Forderung. Forderung hört sich auch streng an. Ich würde sagen Wunsch. Hätte ich sogar drei Wünsche, wobei das erste eigentlich fast schon eine Forderung ist. Das ist eigentlich induziert durch die Niedrigzinspolitik. Niedrigzinspolitik wird oft so getan, dass sich Altersvorsorge nicht mehr lohnt, private Altersvorsorge. Leider auch aus Bayern heraus wurde mal so eine Äußerung gesagt. Und da muss man klipp und klar sagen, nein, das ist gerade das Gegenteil der Fall. Wo in Zeiten, in denen weniger durch Zinsen erwirtschaftet werden kann, muss die Anstrengung eines jeden noch größer sein, noch mehr für die private Altersvorsorge zu tun. Weil die Lebenserwartung wird immer länger. Und das ist ein Problem, was heute nicht aufschlägt, sondern was in 20, 30 Jahren aufschlägt. Und wenn die Politik das nicht aktiv unterstützt zur privaten Altersvorsorgung. Und dazu gehören auch die Arbeit von Vermittlerinnen, von Vertriebspartnern. Weil die machen genau das draußen sichtbar. Ja, ihr müsst vorsorgen. Und es ist kein Bedürfnis Altersvorsorge, was einer heutzutage sofort hat. Sondern es ist eigentlich viel schwerer, heute auf Konsum zu verzichten, damit er später was hat. Und dieses klar zu machen, das ist eine Leistung, die unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner wirklich draußen leisten. Und das wird auch in der Politik oft zu sehr diffamiert. Also es müsste wirklich das klare Bekenntnis und auch die Unterstützung zur privaten Altersvorsorge sein. Das zweite ist, wie geht man mit dem Thema Digitalisierung um? Und da sind es insbesondere zwei Themenfelder, die mich ein bisschen umtreiben. Das eine ist die Netzabdeckung in Bayern. Da werden zwar Mittel zur Verfügung gestellt, aber die müssen dann oft regional abgerufen werden. Und so haben wir dann doch oft, je nach Aktivität der Kommune draußen, mal eine bessere, mal eine schlechtere Netzabdeckung. Also die Netzabdeckung insgesamt auf der Fläche in Bayern ist noch zu schlecht, damit man wirklich komplett alles auch online umstellt. Und mit dem Thema Digitalisierung ist natürlich auch das Problemfeld Datenschutz spielt eine große Rolle, wo Deutschland aufpassen muss, dass es nicht abgehängt wird. Ziel, wir haben auch ein digitales Reinheitsgebot für uns. Ziel muss es sein, dass der Kunde die Hoheit über seine Daten hat. Der Kunde muss entscheiden, welche Daten er gibt, welche er nicht gibt. Aber er muss, wie gesagt, auch die Entscheidung haben, welche er gibt. Und wenn ein Kunde die Daten freiwillig gibt, dann müssen sie auch verwendet werden dürfen. Und nicht von der Politik, die glaubt, für andere Sorgen zu wissen, das besser zu wissen, als man selbst, was man eigentlich will, zu sagen, nein, diese Daten dürft ihr auch nicht abgeben. Das ist der Appell, Datenschutz auch insofern, dass der Kunde Herr über seine Daten ist, weil ansonsten wird Deutschland und damit auch Bayern von den anglisch-sächsischen Ländern abgehängt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017